Das ist ja auch nichts Verwerfliches, hä? Jetzt mal ehrlich, da kamen dann auch so heiße Frauen aus Potsdam. Ah ja. Oh no. Oh no. Natürlich. Würde ich oder was? Wo bist denn du? Ich bin auch schon durch. Es geht wie im Fluch heute hier. Zapzap. In der nächsten Runde dann wie im Flug raus. Das ist mir gestern Abend passiert dann, wo ich dann so zwei Stunden noch gezockt hatte. Da war ich immer an der ersten Runde raus gewesen. Ich habe nicht mehr mehr das Billigste hingekriegt. Ich weiß nicht, ich war doch noch einmal übelst müde. Ich habe erst Landwirtschaft gezockt gehabt und dann habe ich dann noch mal das hier gezockt und da war dann doch noch mal was los. Ja, habe ich gesehen. Und dann irgendwann die ersten ein, zwei Runden haben noch gut funktioniert und die dritte Runde auch noch. Die vierte Runde ging gerade so. Ja, und dann ging nur noch ab der ersten Runde. Abfuck. Dann habe ich gar nicht mehr gemacht. Ja, ich habe gesehen, dass du eine Folge hast. Das gibt es auch das. Wieso bist du nicht reingekommen hier und du Schlüpfer? Nein, 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 nicht gestern, heute habe ich es gesehen so. Ach so. Das, ja. So was. Jetzt bin ich ja relativ früh ins Bett gegangen. Ins Bett gehen, sowas. Dazu, schäm dich, echt. Hoppala, Verzeihung. Oh no, ich esse erst mal ein Furzwerg. Ein Furzwerg? Wollte ich mir einen Löffel für den gelegt? Weil ich einen Löffel für den gelegt? Nee, den habe ich in der Küche liegen lassen. Wollte ich gerade sagen, in der Küche liegen lassen? Ja, den habe ich wirklich in der Küche liegen lassen, weil ich noch was gut habe und dann habe ich den an die Seite gelegt. Das kennt man. Nimm einen anderen Löffel, der hier noch liegt. Okay, was geht los? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Ach, halt auch einfach die Klappe. Ja. Ach man, bist doch auch so ein Vogel, hm? Jetzt habe ich mal in den Spiegel geguckt. Nein! Ist runtergefallen. Nein. Ich dachte aber du. Was soll denn das immer sein hier? Uh. Was soll denn das immer sein hier mit den Anfassen? Ich will keinen anfassen. Hoppala. Hallo. Ja, ja, ja. Bist du raus? Ne. Ich bin mitgeschleudert worden. Jetzt aber. Nein. Ich bin nur mitgeschleudert worden. Mein Akku ist leer sehe ich gerade. Ich habe irgendwie nach dem Ding, das ist immer nur noch ein leeren Akku. Das andere, das S8 hier, mit dem ich eigentlich immer filme, ist auch immer schneller leer. Egal, ob ich da filme oder nicht filme, ey. Das kotzt mich schon irgendwie an. Ach, der Akku haben wir mal mehr, die Grätsche. Na ja. Und wir haben schmeckt mir da schon komisch. eine erdbeer vanille und das bis zum 16 8 22 22 mit welcher power kommt keine ahnung ich wollte die sind aber alle irgendwie irgendwie stärker kann das sein die alle angeflogen kommen sonst sind sie immer höchstens auf der plattform vorne gelandet ja damit auch damit halt auch viel raus kommt sie ich ja ich zeit im essen auch gut ich wollte wieder geschützt wie ein schwein bei der erhitze und du bist noch im obergeschoss ich war am auto was gemacht am auto und unterm auto am polo herr was mit dem polo hast du nicht ein pohn nein das ist ein seert wenn dann meine ich doch weiß nein das gleiche ich muss erst mal rausfinden wo mein kilo von der lose ist das meint sich ein bisschen schwamm es gibt aber auch nicht irgendwo mal was man mal nachlesen kann oder so gibt nichts weder youtube noch google noch irgendwelche kann man höchstens nur wahrscheinlich an der einbauanleitung was machst du denn da bleib mal stehen und hüpft langsam soll es langsam hüpfen plattform zu plattform langsamer und zeigen folgen auf dem ding stehen bleiben nein haben es länger denn ich auf der plattform stehst du mir umso mehr zeit ich nehme mich gestern gemacht bis mir aber die plattform geklaut hat bin schon mal gefahren habe ich mein moin mario 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 kinderriegel 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 das problem ist wir können zwar noch zehn mitmachen aber die zehn fünf sechsten schon ausgeschrieben sieben nein 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 okay das verlassen kann man mitmachen grundleglich kann man das schon müsste es mir war erstmal eine anfrage senden im spiel zumal muss mich erstmal freuen wenn das machen muss erst mal ein chat das war so bisschen zum motor betreiben könnte hier schon bleiben können wie geht es denn eigentlich so wie war den tag so ich habe ich gesagt was ich meine mutter holen eine fitness uhr sondern das sollen wie sollten sie sich dadurch vorkommen es fühlt sich ja kommt ja ist ja dann kommt also rüber so mehr sport machen soll sie hat sich die er gewünscht aber bei frau muss man mal aufpassen kauft meiner frau zum beispiel auch deo bei mir steht noch du spielst du nase gehen wir raus kann man zum beispiel deo oder shampoo oder sowas heißt heißt es dafür die frau tue ich dir zu viel stinken oder was oder so was sollen eigentlich diese 8245 da oben heißen oder diese anderen 300 dinger das heißt das ist wie beim battle pass sachen die man nicht braucht das könnte man in echt geld umwandeln da würde ich mich freuen was kommt keine antwort mehr oder was du wirst du wirst ach so von dem ich freue mich so auf meine geburtserwerte erstmal schön ins tor pickel du passt auf er ist dann war das noch mal am ersten nee das müsstest du eigentlich am besten wissen drei monate noch dein also um zwölften bodennebel ich bin erst da ich bin momenten vor mir eine tomate rum ich bin momenten voran oder was ja jetzt meine chance meine chance meine chance meine chance ich werde so verkacken jetzt los ich glaube wir können gleich nach man ist ein ziel ich habe es geschafft ich habe es noch den schwanz aus dem mund das mal lassen master essen dass ich habe das dem meister ist meist herr ist der kleid ist auch wenn wir sind du jetzt auch gar nicht mal bei autodok mal wieder reingehen kann ich wieder meine 10 cent abholen ab fünf tage gibt 50 cent dann und es geht auch nur bis zum gewissen dings wenn du dich aber immer mit aber ein tag hat verkauft ist einzulocken springt das wieder auf null und du kannst das in länge ziehen jetzt habe ich dadurch schon ein bonusguthaben ist 9 euro irgendwas auch das meine ich nicht nicht weil der christian mich immer so ein blogging dings bums dann da kriegst du auch geld aber ich habe schon mit passwort speichern oder so passwort speichern hey wieso naja bei autodok dass du dich nicht immer einloggen muss einloggen in der form einfach nur die app reingehen wenn die app einfach nur reingehen und fertig und dann hast du doch hey wieso sind auf einmal nur noch neun euro hey sowas wurden am zehnten dritten sechs euro abgebucht soll der scheiß die zehnten dritten das ist ja schon ewig her ich hatte doch ein gut haben gut haben stand 0 0 also das ist ja das nicht wo war denn das ist geworden bis weiter gekommen ja scheiße servus bin mal kurz hier jo moin sind meine gutscheine ich habe einen gutschein läuft dann gibt es hier drinnen gutschein ein prozent einladen und geld erhalten mein bestellverlauf mein gut haben wie geht es ja so drüber das wäre schon bescheuert täglicher locking hier mein bonusguthaben 14 euro 80 habe ich dadurch jetzt schon bloß weil ich ja immer weiter weil ich jetzt auch mehrfach immer bestellt habe bekommst du auch noch mal ein gut haben also jetzt in der vergangenheit habe ich jetzt dadurch quasi auch 9 euro 75 gut haben willst du ihn jetzt so doppel so warte mal ich wollte jetzt erstmal ich wollte es erst mal wegen kühler gucken hier ich war wieder kühle rein gemacht wird das weiß ich hier aber irgendwas ist aber kurios kühler 35 euro das ist junge sonst letzten tage war ja auch mehr los na egal ob man abkommt bestimmt noch ja steht auch nichts dazu da nochmal hier drauf satzteile aluminium für schaltwagen mit klimanlage ich brauche ohne kunststoff aluminium für fahrzeuge mit schaltgetriebe für klimanlage auch hier ohne geeignete fahrzeuge bewertungen ja toll können wir wissen steht ja auch nicht da war ich denke ja sagen wie eine anbauanleitung noch mal mit separat mit drin ich will doch noch mal wissen wie wieder scheiß jetzt wieder kühler festgemacht wird will sich ja aber das ganze paket doch nicht das kotzt mich ein bisschen an moin ja dann gibt es kühlungsspülung nee das meine ich nicht dort ich war heute ein bisschen am seer zugange weil ich da ein bisschen was gefilmt habe und da habe ich ihn heute mal ein bisschen warm laufen lassen und da ist mir dann erstmal aufgefallen dass mein ganzer kühler also kühler mit sammsten paket vorne das ist es quasi die front die front ist also aus zum beispiel beim golf komplett aus das ist mal so eine hartplaste so und da ist die front teilweise aus metall und da wo der kühler drinnen sitzt ist so ein plaste ding das noch mal separat reingeschraubt wird so dieses plaste ding kann es kann ich komplett hin und mit den kühlen zusammen drin kann ich hin und her bewegen kann ja mal ein video schicken dann siehst du was ich meine das und du findest aber nichts dazu wie das scheiß ding befestigt wird weil die scheinwerfer war nämlich auch eingeklebt zumindest an der halterung unten heute nämlich mein ausruf geschweißt habe okay direkt verlassen tschüssi ja da wurde mit scheibenkleber und geklebt am scheinwerfer am dritten an der befestigung zur stoßstange ist er geklebt das habe ich schon bei dem anderen scheinwerfer gesehen als ich den den caddy eingebaut habe weil die bach nicht auf die schnelle ein damit sie da wenigstens da fahren können und da ist ja schon gesehen ich sehe wo ist nicht die alterung und heute habe ich es noch auf der anderen seite gesehen dass es da auch ist jetzt mit scheibenkleber oder oder kurserie kleber oder sowas eingeklebt wurden und oben mit einer schraube festgemacht keine ahnung was da passiert ist man kann sie kühler paket ist ja auch lose ich kann immer wieder schicken das ist was ich meine ja so jetzt kann ich auch mal sagen morgen doch was geht ja hier kaum dass du nicht mitmachen verpissen sie sich alle ja das ist doch so nee keine bastelbude ich habe mit christian drüber gesprochen gehabt hat gesagt ja ja gut ist es halt ist es halt vorne bisschen lose guckst du nach warum es lose ist machst das fest und gut ist aber bastelbude ist das ding nicht muss es ja irgendeinen grund dafür geben halt das falsche halt jetzt kommen die ganzen fonds nein nicht die poli nein 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 ich habe das video normale video das habe ich gerade vorhin in tik tok veröffentlicht da habe ich das tik tok video gerade auf dem handy ohne jetzt ein bild ich wollte gerade ein bild schicken um ochtog dich möchte nach nimm im sprach ja amphi keine ahnung könnte passiert sein können sein jahr wäre die dafür kann ja möglich sein weiß ich ja nicht kann ja sehen dass die im augen �ikt hin oder so aber daher von dem ich den habe weiß ja removing Kann ja möglich sein. Ich meine, das Auto hat ja vorneweg einen Fahnenfänger gefahren. Und davor halt eine ältere Dame. Oder halt, sag ich jetzt mal, ja, eine ältere Dame. Kann ja sein, dass da irgendwas passiert ist. Die Scheinwerfer sind aus irgendeinem Grund, äh, oder so mal kaputt gegangen. Weiß ich es ja manchmal nicht. Also ich halt nur dürfte irgendwie geholfen worden. Ich hab nur heute mal einen Mittelstadtdämpfer ge... Der Mittelstadtdämpfer war ein neuer gewesen. Der ist nicht vor langer Zeit reingekommen, weil der ist nämlich noch schön sauber und ordentlich. Aber der ist an der Schweißnaht. Ach, scheiße, der ist hinten an der Schweißnaht. Ähm, direkt an der Schweißnaht, an der originalen Schweißnaht, ist der kaputt gegangen. Da muss ich Leute nachschweißen. Problem ist jetzt nur wieder aber anderes. Ja, dass, äh, der, dass der zwischen Cut und, äh, Mittelschalldämpfer jetzt wieder unticht ist. Trotz, dass ich ihn wieder weit genug zusammengeschoben war, wie er gewesen ist. Das kotzt mich nur schon wieder an. Da muss ich mich dann nochmal drunter legen. Hallo, also mal. Brennt hier da Helm oder was hier? Du Spaß, die Junge. Hält er mich fest? Verpiss dich, Junge. Junge, das ist so ein Hurensohn. Ja, normal, natürlich nicht. Kann auch sein, dass in so ein Harder weggebrochen ist. Das ist ja alles nur Plaster, dass es deswegen nur eingeklebt haben, weil sie halt kein Geld ausgeben wurden für Scheinwerfer. Kann ja auch sein. Na, weil du findest ja auch keine mehr groß. Außer du kaufst dir welche Nagel neu. Vielleicht wollten sie auch das Geld nicht dafür ausgeben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das immer sein soll, die Leute vor dem Ziel aufzuhalten, echt. Ich hab's dir, glaub ich, mal geschickt. Aber ich muss halt damit dazu sagen, und das ist an dem Caddy genauso gewesen. Der Caddy hat genauso gut, wie es vorher war, weiß ich nicht, aber nachdem der einen Auffahrunfall hatte, war das bei dem genauso am Wackeln. Deswegen verstehe ich das nicht ganz. Ja, muss ich mir mal angucken. Na, nicht die Scheiße schon wieder her. Was ist, wenn's doch viel Geld sind, Alter? Das ist nur ein reines Geschiebungen, Gedränge. Ja, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Boah, ich war einmal in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Da war es so voll gewesen, dann bist du aus dem Bahnhof alles gestiegen, bis fünf Meter gelaufen, und dann ging nichts mehr. Dann ging's nur im Schritttempo vorwärts. Dann musst du mal bei uns in Potsdam auf dem Weihnachtsmarkt gehen, da haben wir so eine enge Gasse, wo so Lehen sind, und dann sind da noch die Plätze, und dann hast du da halt noch die Leute. Das ist so verdammt eng, Alter. Ja, ich mein, eng ist zwar den Bau, aber... Boah, Junge, ich hasse diesen Huren, so. Alter, war das knapp jetzt, Alter. Gleich mal umklatschen. Sollten hier eine Option haben, mit Mittelfinger zeigen. Ach, Junge, dieser Wachs, Alter. Großer. Was machst denn du jetzt? Ich will den melden. Ah, ich hab den auch gerade. Ich meld den auch mal. Spieler melden. Sheeting, Fliegen, Antischwerkraft, Inaktivität. Was kann man da jetzt machen? Bunnyhopping, höhere, weitere Sprünge. Fliegen, Antischwerkraft. Ich mach einfach Gryphing, Unsportlichkeit. Wo steht denn das? Na, bei Gryphing. Riefing. Ach ja, ach ja, unsportlich. Immer solche Lutsch. Rotzen mit Kotze, ah ja. Was wo? So heißt einer. Ah, hier hab ich gerade gesehen. Lauf bei ihm. Ach ja. Musik. Motivated. Hier kann ich dich wieder verzeuten. Piss dich, Junge. Nicht so unfreundlich zu mir, sonst schieb ich dich noch runter. Ey, lass einfach hier diesen einen Typen da festhalten, der ist äh, diesen Wach... Alter! Was? Ich sehe gerade ein Video, hat mir jemand auf Insta geschickt. Also vorhin. Ja, der ist ja mal völlig tot. Gottlauf-mäßig. Na komm her. Ist nicht so geil, ne? Bist du denn? Komm her. Läuft grad diesem Wachs hinterher. Na komm. Ah. Ich bin's. Ah. Ich bin's. Hoppala. Ist er ausgeflogen? Ne, ne. Schade. Ah, schade. Hast du gerade gefragt, ob ich rausgeflogen bin? Ne, ja. Trodo, mon mon. Ähm, ja, irgendwas ist da quasi... Ne? Er steht oben links. Da ganz oben links, dritte Reihe. Alter. Alter, was ist mit dem, was ist mit dem Schweller los, Junge? Da ist ja mal gar keiner mehr zu Hause. Alter, ist da weggefault. Ah, hier können wir ihn auch gut festhalten. Einer opfert sich. Dennis, du opferst dich doch gerne. Du hast schon zwei Siege. Schnauze. Ich hab hier noch einen. Alter. Alter, ist der Schweller tot. Junge. Blättenreifen hat er auch noch. Ach, der ist vor uns. Ach... Da sind eure Händlerns gerannt. Rennen hinter uns. Aber du musst ja auch eher nicht laufen. Ihr geht es hier nur darum,... Aaaaaaaah... Bist du es gekommen, oder was? Ich bin runtergefallen. was der steht hier oben muss man fragen was er noch für den kopf haben wir steht beim händler bei der manz ist es klasse us-version s 600 v12 lecker schöner 3er golf tdi als gt spezial sally möchte mit ihr befreundet sein auf facebook ist das denn kenne ich dich gleich mal klatschen mir geht es umständen entsprechend lange der nachfrage schaust du denn was machst du denn ich will stolz auf dich sein ich glaube an dich was 5000 andere nicht an sich tun hallo bist ruhig was hast du gerade eben fabriziert meins 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 bis er dich meine ecke um ob ob warum man denn jetzt ist vorbei jetzt wenn du jetzt runterfällst es aus kommen ich glaub noch an dich noch kannst es schaffen da ist er für mich so wie uns immer unter und holen wollte einer muss noch ausfliehen wie du bist der eine ja der der uns immer festgehalten hat der ist ausgeführt geil du hast gewonnen ja ich habe gewonnen als ob die 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 allerdings ich darf freuen junge mensch meine es geht es auf facebook los hier irgendwelche profile entfernen junge 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 was war in der letzten zeit ein bisschen inaktiv was ist in der zeit wichtiges passiert was soll da wichtiges passiert sein ich war da einfach live gewesen ein bisschen gezockt und ich habe gewonnen was wirbelbohne habe ich bekommen einmal ausrüsten hier ich gucke mal ich habe hier so ein komisches sack jetzt mittlerweile hier um mein ding drum um ich habe meinen zweiten sie ich habe meinen zweiten sie ich habe meinen zweiten dann halten dritten wieder egal könig dennis nice ich glaube auch an mich wo irgendwas auch so habe ich schon gelesen ja muss ich mal die tage irgendwie auf den grund gehen was mit dem kühler los ist aber so aber so groß im ganzen ich habe dazu halt auch die fresse ich habe zu dem auto ja auch ein video gemacht kommen die tage dann auch online ich bin um überlegen ob ich erst das mit dem tarot online stelle muss ich mir noch mal angucken oder erst das video mit dem seat weil da habe ich die ersten arbeiten gemacht die ersten arbeiten arbeiten wie geht es eigentlich so gaming grüße dich schön dass am stopp ist mir war der tag so rings rums rums und das macht bums wenn die kleinen besen singen drum singen auch mit gold ich hab nen dicken schuh doch der mann schaut zu wie ich durch die gegend hüpfe drum schau noch zu ich trinke jetzt ein schlückchen von meinem saft da geht es mir gleich schon viel besser halt was muss ich mal spaß